Das wird heute im Norden noch eine sehr unschöne Angelegenheit werden. Wir haben es hier mit einem schweren Sturm zu tun an den Küsten der Ostsee und der Nordsee, zum Teil orkanartige Böen und auf der See direkt sind Orkanböen bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich. Und man sieht hier sehr schön der Wind, er kommt aus östlichen Richtungen. Das heißt, wir erwarten ein Sturmhochwasser an der Ostseeküste Richtung Dänemark. Die Behörden erwarten sogar ein historisches Sturmhochwasser, also sehr heftig, mit fast zwei Meter über normalem Wasserstand. Und das heißt, Überflutungen hier an der Küste sind unausweichlich, aber auch an der deutschen Ostseeküste. Da müssen wir teilweise mit Überschwemmungen rechnen. Vor allen Dingen jetzt zum Abend hin, da kann die Lage hier sehr brisant werden. Dagegen hier an der Nordsee vor allen Dingen der Wind ein Thema, der schwere Sturm. Die Fährverbindungen werden wahrscheinlich weitgehend eingestellt sein bis morgen Mittag. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Aber im Rest des Landes wird es eigentlich ein, naja, relativ entspannter Freitag werden. Da gibt es nur Regen und ein klein wenig Wind. Etwas mehr Wind messen wir heute Morgen schon in Norddeutschland. Hier zum Beispiel Arcona 101 Kilometer pro Stunde, die stärkste Böe Leuchtturm Kiel 100,8 Kilometer pro Stunde, Cuxhaven 85 Kilometer pro Stunde. Also langsam nimmt der Wind hier im Norden immer weiter zu und das wird sich auch am Mittag und Nachmittag noch so fortsetzen. Und dementsprechend auch hier die Warnung vor einem Sturmhochwasser. Hier mal das Beispiel für die deutsche Ostseeküste, für Kiel. Und wir sehen hier die Prognose, bis heute Abend geht es noch ordentlich nach oben. Und auch morgen bleibt es erstmal teilweise bei 1,70 Meter, 1,80 Meter über einem normalen Wasserstand. Und das Schwarze hier, das ist die aktuelle Messung. Und die liegt aktuell zeitweise schon leicht über der Prognose drüber. Also das wird eine sehr, sehr entspannte, beziehungsweise eher angespannte Entwicklung werden. Entspannt ist da eher gar nichts. Das werden wir natürlich hier weiter verfolgen. Wir blicken auf die Frühtemperaturen im Westen heute Morgen. Auch die hatten mit diesem Frühwinterwetter der vergangenen Tage nichts mehr zu tun. Düsseldorf 15,7 Grad, Wuppertal 15,5 Grad, Saarbrücken 15,0 Grad, Köln 14,9 Grad. Vor ein paar Tagen haben wir hier überall zum Teil Frühwerte um 0 bis 4 oder 5 Grad gemessen. Heute Morgen ist es dort deutlich wärmer gewesen. Ein Blick auf die Sturmentwicklung am heutigen Freitagabend. Dann kommt so der Höhepunkt Richtung Nordsee- und Ostseeküste. Zum Teil, wie gesagt, auf der See 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Auch ins Landesinnere zum Teil noch sehr stürmische Entwicklungen möglich. Aber sonst nach Süden hin ist es doch deutlich ruhiger am heutigen Freitagabend. Und da ist vor allen Dingen der Regen ein Thema. Hier mal die Regensummen bis zum Mittwoch in der nächsten Woche nach dem deutschen Wettermodell. Und da sehen wir besonders hier im Westen teilweise 40, 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch hier im Norden 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Eine sehr nasse Angelegenheit. Zugleich aber hier im gesamten Osten und Südosten relativ wenig. Hier von Berlin über Dresden bis nach München beispielsweise. Bis zum Mittwochmorgen gerade mal ein bis fünf Liter Regen pro Quadratmeter. Dort kommt also relativ wenig vom Himmel runter. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Hannover bis zum 4. November. Auch die ist relativ konstant. Nur ein ganz leichtes Gefälle nach hinten raus. Es wird langsam etwas kühler. Von anfangs 15 Grad geht es Richtung 10-Grad-Marke. Ab und zu sind Regenschauer mit dabei. Besonders heute eben kräftiger Regen. Aber danach kommen eben weniger starke Regenfälle auf die Region zu. Und die Großwetterlagenkarte von heute, die zeigt uns auch dieses Sturmtief hier über Westeuropa. Und hier die Isobaren sind dicht gedrängt. Das heißt, da ist sehr viel Windsturm mit im Spiel an der Nordsee, an der Ostseeküste. Und das Ganze kommt eben aus östlichen Richtungen. Und deswegen auch das große Sturmhochwasser entlang der deutschen und der dänischen Ostseeküste. Der heutige Freitag bringt neben Wind und Sturm auch jede Menge Regen. Im Norden, im Westen und teilweise im Süden. Im Süden deutlich wärmer als im Norden. Im Norden nur auf 6, 7, 8 Grad. Ansonsten im Süden 18, 19 Grad. Vielleicht sogar im Südosten nochmal bei Föhn. Die 25-Grad-Marke. Also nochmal das Kriterium für einen Sommertag. Mal abwarten, ob es 24 oder 25 Grad am Ende werden. In der kommenden Nacht dann, ja, relativ durchwachsen. Viele Wolken, immer wieder Regen. Noch viel Sturm hier in Norddeutschland. Temperaturen hier nur 7 bis 4 Grad. Ansonsten 8 bis 11 Grad. Hier eher eine milde Nacht. Und morgen am Samstag legt sich der Wind ganz langsam im Norden. Ansonsten lockern die Wolken vor allem in der zweiten Tageshälfte auch mal auf. Und die Regenfälle hier, die hören dann auf. Die Temperaturen morgen meist so um die 14 bis 18 Grad. Und wir sehen auch hier im Norden ist es dann morgen schon deutlich milder wieder. Und auch der Sonntag relativ freundlich im Südosten, im Süden des Landes. 15 bis 17 Grad. Immer wieder Sonnenschein nach Norden. Dichte Wolken bei 12 bis 14 Grad. Neuer Regen zum Nachmittag hin. Und so geht es auch nächste Woche weiter. Relativ entspannt. Recht viel Sonnenschein. Aber auch morgens vor allen Dingen viel Dunst, viel Nebel. Zum Nachmittag am Montag ein bisschen Regen im Südwesten. Temperaturen 13 bis maximal 18 Grad im Südosten des Landes. Zum Dienstag neuer Regen aus Westen. Im Osten noch freundlich. 18 Grad. Im Südosten ab und zu Sonnenschein bis zu 20 Grad. Da ist es also wieder relativ mild. Im Westen später mit dem Regen etwas kühler. Bei Werten um die 12 Grad. Der Blick auf den Mittwoch, der ist dann so ein bisschen umgedreht. Im Westen etwas freundlicher. Im Osten und Norden wird mehr Regenwolken. 10 bis 14 Grad werden hier gemessen. Bis zu 15, 16 Grad im Südosten des Landes. Und noch der weitere Wettertrend. Da tut sich eigentlich relativ wenig. Mal Wolken, mal Sonnenschein, mal Regenschauer. Am Donnerstag 10 bis 15 Grad. Am Freitag 9 bis 15 Grad. Und Samstag in einer Woche 10 bis 16 Grad. Wir sehen also, ein Wintereinbruch ist da nicht zu erwarten. Ein verfrühter. Auch der Wintereinbruch von morgen ist ja komplett verschwunden. Aus allen Wettermodellen. Und noch ein Blick auf die Regensummen bis zum Sonntag, dem 29. Oktober. Also fast bis zum Monatsende. Sehr nass im Norden. Und besonders hier im Westen. 60 bis 70, teilweise 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Etwas weniger hier im Osten. Und im Südosten 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 4. November. Auch hier relativ konstant. Das Ganze läuft so um die 15 Grad mit den Temperaturen ab. Später ein klein wenig kühler. 13, 14 Grad. Aber so richtige Sprünge sind da eigentlich nicht mehr zu erkennen. Eine sehr stabile Wetterlage. Und ab und zu kann da auch mal ein Schauer mit dabei sein. Und auch im Westen des Landes bei den Temperaturen relativ stabil. Um die 15 Grad. In den nächsten 10 bis 14 Tagen. Später ab dem 25. Oktober auch mal ein paar Regenschauer. Im Osten recht ähnlich. Da tut sich relativ wenig. Temperaturen anfangs 15 bis 20 Grad. Später um die 15 Grad. Ab und zu mal ein klein wenig Regen. Bis Anfang November hier und da mit dabei. Und im Süden die gleiche Wetterentwicklung. Kein Wintereinbruch bis Anfang November zu erwarten. Zumindest nicht nach dem aktuellen Stand. Temperaturen da heute mal über 20 Grad zum Teil. Danach um die 15 Grad. Zeitweise auch mal nächste Woche Granada. 20 Grad Marke wieder. Und ab und zu ist da Regen mit dabei. Und in der Landesmitte relativ ähnlich. Temperaturen 15, 16, 17 Grad. So verbleiben wir fast bis zum 4. November. Und Regen ist da wirklich in ganz spärlichen Dosen zu erwarten. Also die nächsten 10 bis 14 Tagen gehen weitgehend entspannt über die Bühne. Wenn man der aktuellen Ensemble-Prognose Glauben schenken darf. Also heute besonders spannend der Norden. Und hier die Ostseeküste, die deutsche und die dänische. Dort erwarten wir eben heute ein schweres Sturmhochwasser zum Nachmittag und zum Abend hin. Hier gilt höchste Vorsicht. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.